Hallo, Entschuldigung, der Film hat bereits begonnen. Ich würde Ihnen empfehlen, auf die nächste Vorstellung zu warten. Der Anfang ist, warten Sie, hier im Programmheft, das Sie für 80 Cent bei mir kaufen können, und entsteht von außergewöhnlicher emotionaler Dichte und elementar für das Verständnis der Geschichte. Sie können gerne am Buffet da etwas trinken, aber ich würde Sie bitten, sich ruhig zu verhalten. Gehören Sie alle zusammen? Ich frage nur, weil normalerweise ist hier nicht so viel los. Verstehen Sie mich? Hören Sie mich überhaupt? Test, Test, eins, zwei, eins, zwei. Wenn ich ehrlich sein soll, ich bin froh, dass die Leute nicht mehr ins Kino gehen. Sollen Sie doch zu Hause bleiben, aus Ihren Hosen schlüpfen, sich in Büchern verlieren, vor Ihren Fernsehgeräten einschlafen. Für mich hat das was Beruhigendes. Echt? Könnte Sie davon abhalten, in sinnlose Aufgeregtheit zu verfallen? Aus sinnloser Aufgeregtheit entsteht nichts, was irgendwem irgendwas nützen könnte. Gar nichts. Ich weiß das. Aber alle, lassen Sie sich scheiden, weil Ihnen diese Aufgeregtheit abhandengekommen ist. Weil die Ruhe Sie heimgesucht hat. Ist das nicht idiotisch? Ich würde, weiß Gott, was für diese allabendliche Ruhe geben. Das ist eine ganz spezielle Ruhe. Für die braucht es zwei. Wissen Sie, wovon ich rede? Wenn zwei Menschen nicht miteinander sprechen, weil sie sich nichts Neues zu sagen haben und trotzdem zusammenbleiben, aus welchem Grund auch immer, sei er nun romantisch oder nur bequem, und ihre Abende gemeinsam am selben Ort verbringen, dann entsteht diese ganz spezielle Ruhe. Da schweben Dinge und Phänomene im Raum, die sind unbezahlbar. Routine oder Langeweile, warum auch nicht? Ich meine, man verliebt sich und beschließt, für immer beisammen zu bleiben. Für immer. Das ist doch eine ziemlich Langeweile, nicht wahr? Aber kaum macht sich diese Langeweile bemerkbar, kaum erhebt sie ihr Haupt und stellt sich vor... Guten Abend. Mein Name ist Langeweile. Ich würde jetzt ganz gern bei Ihnen einziehen. Ich brauche nicht viel Platz. Ich bin pflegeleicht. Ich schlänge mich da einfach irgendwie dazwischen. Im Gegenzug könnte ich Ihnen Zeit, Langsamkeit und Weichblick anbieten. Überlegen Sie sich das in Ruhe. Ich melde mich dann wieder. Morgen vielleicht. Tschüss. Kaum passiert das, flippen alle aus, packen ihre Sachen und stürzen sich in die nächstbesten Arme, deren Schweiß nach sinnloser Aufgeregtheit und alles Erlös in der Geilheit duftet. Scheißklau. Das Schöne an einer lang andauernden Liebesbeziehung ist ja diese Art Liebesmuskulatur, die man entwickelt. Irgendwann haut einen nichts mehr um. All die naiven Vorstellungen, auf die man besteht, solange man jung ist. Wie sieht er aus? Was macht er? Wie ist er im Bett? Mein Gott. Irgendwann ist man dann schon froh, dass man zusammen im Bett ist. Dass man eine Arbeit hat. Und wem kümmert schon der Schwabbelbauch. Ich meine wirklich. Aber die Ruhe, die entsteht, wenn man allein ist. Voll von Dämonen und Wahrnehmungen der schrecklichsten Art. Diese Ruhe ist schockierend. Hier an der Kinokasse ist es auch ruhig. Wir spielen ja hier keine Blockbuster oder so. Auch die Filme sind eher ruhig. Und ein Theater sind wir ja hier auch manchmal. Aber da kommen noch weniger Leute. Jeden Tag eine Handvoll Menschen, die auch allein sind. Oder Freaks, die nur der Kunst wegen kommen. Aber die machen auch nicht gerade den Eindruck, als würden sie in Spaß oder in Gesellschaft ertrinken. Morgen ist wieder Vorstellung. Ein Stück über die Einsamkeit. Über Menschen, die alle allein sind. Nur für den Fall, dass sie noch nichts vorhaben. Und naja. Ich bin froh, dass die Leute nicht mehr ins Kino gehen. Wirklich. Manchmal. Aber eher selten. Kommen auch verliebte Paare. Dem da drüben habe ich schon drei Manuskripte von mir gegeben. Der ist ein Dramaturg. Er hat noch keine einzige Zeile gelesen. Schaut mich aber immer so komisch an. Es sind drei Theaterstücke. Und ich bin mehr als überzeugt von ihren Qualität. Mein eigenes Blut war meine Tinte. Wenn Sie verstehen. Wirklich. Ich weiß schon. Das sagen alle. Und alle Menschen haben Phasen, in denen sie schreiben. Ich weiß. Aber sich einfach dem Frust von der Seele schreiben, ist nicht schwer. Der geht relativ zügig aufs Papier. Dann hast du vier oder fünf Seiten. Ich denke, der Film beginnt. 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 Es ergeht nachstehender Spruch. Gemäß § 6 Abs. 4 NÖ Veranstaltungsgesetz sind bei der Durchführung der Veranstaltung nachständige Auflagen einzuhalten. 1 Punkt. Die Veranstaltung ist so durchzuführen, dass eine unzumutbare Beeinträchtigung oder Belästigung der Umgebung insbesondere durch Lärm vermieden wird. Bei Nicht-Einhaltung kann eine Übertretung des § 1 Lit.a. und NÖ-Polizeistrafgesetz LGBI-LWGL 4000-2 vorliegen. Dies gibt auch für mobiltelefonische sowie krankheitsbedingte Belästigungen seitens des Publikums. Es sei denn, die schriftliche Bekundung einer zwingenden Notwendigkeit seitens eines zuständigen Kita-Betreueres BZW-Facharztes wurde rechtzeitig dem Veranstalter übermittelt. Ansonsten kann ausgeführte Übertretung zur Einstellung der Veranstaltung durch die Bundespolizei führen. Stund wiederholt auf die Lage dann 2 Punkt. Zum Schutze des Publikums sind unbeschadet der vorstehenden Auflage, Veranstaltungen grundsätzlich so durchzuführen, dass im Publikumsbereich ein äquivalenter Dauerschallpegel von 93 dB nicht überschritten wird. Bei Übertretung dieses Wertes ist dem Besucher beeintritt, die die Veranstaltung und Betriebsstätte ein Gehörschutz mit einer Schalldämmung von MINT.15 dB G.Ö-Norm EN 24-Afghanen 60-1-1992 kostenlos zur Verfügung zu stellen und durch Anschlag auf die Gefahr einer Gehörschädigung hinzuweisen. Sollten Kinder bei der Darbietung anwesend sein, so darf ein Bereich der für Kinder gewidmet ist, ein Wert von 80 dB nicht überschritten werden. 3 Punkt. Die Veranstaltungsbesucher sind unmittelbar vorbeginn der Veranstaltung bei Veranstaltungsdauer von mehreren Stunden wiederholt auf die Lage der Notausgänge hinzuweisen. Ebenso auf der Benutzung. Test 1.2. Dieser Hinweis hat so vorhanden von der Bühne aus oder von der Stelle aus, wo ein Mikrofon ist, über die Lautsprecheinlage zu erfolgen. 1.2. Gut unterhalten. Eine Veranstaltung ist öffentlich zugänglich. Somit gelten grundsätzlich die einschlägigen Bestimmungen zum Nichtraucherschutz des Tabakgesetzes Klammer auf, Novelle BGBL 1.MR.20-2008 Klammer zu, auch für Veranstaltungsräumlichkeiten.